Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft.io und das ist der Tim und mit dabei ist der Taddel und Stegi, Stegi ist auch dabei und Tim ist tatsächlich auch dabei, aber der geht nicht auf den Server und redet ein bisschen anders als Sornes heute. Ich bin Herr Bergmann. Ja, Herr Bergmann ist auch noch dabei, aber das ist uns allen egal, weil Herr Bergmann immer noch nicht Folge 25 gemacht hat. Fick dich Herr Bergmann. Ich hätte wohl es gerade zu sagen, weil Herr Bergmann immer noch nicht bei Hero dabei ist. Das wäre ein Argument, das ich voll und ganz verstanden hätte über Taddel. Herr Bergmann steht auch auf der Warteliste, weil es es noch nicht wusste. Natürlich. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht hoffen, dass irgendjemand aus dem Projekt geekelt wird oder verschwindet. Oh Gott, es sind nämlich echt fast nur coole Leute. Fast nur coole Leute. Also momentan läuft ja alles gut und es ist niemand im Projekt, bei dem man sich denkt, der fliegt bald raus, weil er Scheiße baut. Da weiß nicht, wie man die unterscheidet. Das ist auf jeden Fall kein Freezer Ride. Ah, okay. Da musst du halt auf Büpe aufpassen. Ja, richtig. Aber der ist mit einem ins Wasser gefallen. Oh, oh. Mir ist im Flug meinen Flugstab kaputt gegangen. Oh nein, das wird jetzt richtig backen. Der kommt dann gleich wieder, gleich geht er wieder weg. Ja, ich habe einfach die ganze Zeit weiter gedrückt. Der kam irgendwie wieder, habe ich ihn nochmal benutzt und nicht mehr. Geile ist halt jetzt, dass ich schwimmen muss. Bist du noch arg weit weg? Nee, nee, nee. Ich bin so ein bisschen weiter rechts von deinem Boot. Okay. Aber schon hier in diesem See? Ja. Ja. Kannst du ja Goldini mitnehmen. Ja, Tim. Genau, Tim. Achso, kannst du ja Goldini mitnehmen, meine ich. Auf jeden Fall, was machen wir diese Folge? Ich habe dir ein Geschenk gemacht. Letzte Folge schon. Ja, habe ich schon gesehen, habe ich mich sehr gefreut. Hä? Wie hast du das schon gesehen? Äh, ich war kurz zu Hause als Zwischenstopp, bin dann wieder gegangen. Achso. Ihr müsst wissen, Stegi glaubt, dass ich jetzt gerade seit langer Zeit erst mal wieder zu Hause bin. Aber nein, ich war ja vorhin zu Hause. Ja, Stegi. Damit hast du nicht gerechnet. Nee, das Ärgerliche war, ich habe da vorhause, dass ich meinen Rucksack so umbenannt habe. Jetzt habe ich einen Rucksack, der irgendwie Babas Sattel heißt. Ich weiß. Woher? Baba hat den schon um. Was? Ich habe Baba hat den schon angelegt. Ja, nee, aber ich habe noch selbst einen Rucksack mehr gemacht. Achso. Der genau so hieß. Ein Rucksack, ein richtiger Rucksack. So ärgerlich. Weißt du, wie man ihn benutzt? Nee. Doch. Irgendwie schiffst du einen Rucksack oder so. Ich wusste es nicht, aber dann habe ich es mit großen Problemen dann doch noch rausgefunden. Und ich schwimme immer noch. Schwimmen ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Weil wenn das einfach so ewig lang ist. Aber ich verstehe gar nicht, wie ich die ganze Zeit diese Stäbe so schnell verbraten kann. Verzauberst du die? Ich war ja jetzt so lange unterwegs. Was meinst du? Verzauberst du die denn? Ja, ja. Ich habe einmal vergessen, die zu verzaubern. Das war sehr, sehr blöd. Da haben, äh, Dings, Rotpilz und ich in der Hölle vier Stäbe oder so verbraten. Oh. Aber was sind schon vier Stäbe? Wenn man Taddel ist, dann heißt man Taddel und hat einfach 20 Stäbe in seinem Keller. Was ist los? Ich habe echt richtig viele. Jetzt noch mal neue Stäbe. Ja, du, kannst auch meine Stäbe nehmen? Ach, Tim. Ja, das ist echt. Ich habe so viele. Ja, Tim, jetzt spiel bitte wieder PvP. Okay, Tim. Oder mach deine XP-Farm weiter. XP-Farm, ja, ja, habe ich. Alles fertig. Wo ist eigentlich die neue XP-Farm? Die wollte ich mir ansehen. Okay, warte, ich brauche erstmal kurz. Auf dem Berg. Bergmann gehört. Bergmann, sei ruhig und mach Folge 25. Ich bin schon fertig. Echt? Es gibt gar keine Folge 25. Taddel, was ist denn los bei dir? 24-2. Ich habe dir das schon fünfmal erklärt, weißt du? Du musst mir auch mal zuhören. Jetzt gehen wir lieber zu deinen Stäben wieder, guck dir die PvP-Farm an und wo du bist. PvP-Farm einfach, was ist los? Mann, wir haben nur Birkenwälder. Jeder XP-Farm wird nur PvP-Farm, dann Tim die macht. Denn Tim macht nur PvP. Weil PvP ja das bist es. Ich habe mir einen neuen Stab geholt. Wollte ich dir nur nochmal sagen. Wie viele Stäbe habe ich denn noch? Das muss ich mir jetzt mal angucken. Ja, das mag jetzt für den Zuschauer so ausgesehen haben, als hätte ich gezählt. Aber ich scheine irgendwie Brain AFK gewesen zu sein und habe eigentlich keine Ahnung, wie viele das jetzt waren. Oh Mann, ey. Sind deine Stäbe im Kühlschrank, oder was? Ja, richtig. Mega gag, oder? Der war... Bleibe ich auf jeden Fall in mein Buch für die Nachwelt. Ich hoffe. In die Bibel? Natürlich. In der nächsten Übersetzung. Genau. Im Tattel-Testament. Ja. Tattel-Ment. Oh. Tadeus Judas Buch 3. Genau. Aber wo bist du jetzt, Stege? Ich warte. Jo, ich komme gleich zurück. Ja, hier sind Dorfbewohner. Habe ich wieder rein getan, ja. Karoline. Erinnert sich noch die Leute an Karoline? Die war in Folge, keine Ahnung, irgendeiner Pups-Folge, wo ich mein Haus gerade, also wo ich gerade das Villager-Haus bezogen habe. Was haben die da gemacht? Die stand immer im Weg und da habe ich die fast totgeschlagen, aus Versehen. Das war Karoline. Ich weiß noch, in der Skontree hat irgendjemand gesehen, die so zwei Villager-Liebe gemacht haben. Wer war das denn? An das erinnere ich mich aber noch. Kann sein, dass ich das gesehen habe. Ich sehe mir sowas immer gerne an. Hallo. Hallo. Hey, Goldini. Ich habe auch ein neues Chokobo übrigens. Echt? Wie heißt? Zamunda. Wie? Zazazah. Zamunda. Oh, wie cool das aussieht. Das ist ein lilanes. Das kann fliegen. Alter. Okay, fliegen kannst man so auch. Ja, aber meins kann halt langsam fliegen wie sonst was. Aber wie cool das aussieht, so richtig böse aus. Wir sind die ersten mit einem lilanen. Alter, wie böse das aussieht. Du hast Default, ne? Ich gucke auch mal mit Default, weil bei mir sieht es gar nicht böse aus. Nicht? Bei mir hat es so eine... Boah, das sieht so böse aus und ist einfach so richtig süß. Oh, oh, Junge. Richtig, oder? Ja. So richtig... Bei mir ist es lila. Nein. Das ist ein Swax... Also, im Swax-Pack ist es einfach lila. Aber ich finde Swax gar nicht so schön. Und auf dem Wiki heißt es auch, dass es ein lilanes Chocobo ist. Aber das ist doch nicht lila. Es heißt hier sogar lila Chocobo. So, du musst in deinen... In deinen Rucksack musst du immer so ein bisschen Güse reinmachen. Also, das ist richtig praktisch, weil es dann mal fast stirbt. Was es ja gerne tut. Ja. Babaha. Komm mal mit? Ja, Babaha. Ich komme sofort. Ich muss mal eben das Texture-Pack wieder ändern. Oder das Resource-Pack. Ah, ne. Das ist ja... Hier ist es noch ein Texture-Pack. Ja, oder du spielst mit Default weiter. Nö. Okay. Ja. Kannst du vergessen. Warum nicht? Ich finde Default viel schöner. Ich finde bei Default so manche Sachen einfach super hässlich, wie zum Beispiel Cobblestone oder Sand. Ich weiß mir einfach gar nicht. Kommst du? Ich komme. Hast du Goldini auch folgen? Nein, oder? Ich dachte schon, weil das ja gerade einfach so mit auf dem Dach stand. Das war sehr eigenartig. Oh Gott, jetzt weiß ich glaube ich nicht, welche Tür. Die links hier, die ist nach Stadtblau. Genau. Das weiß ich. Oh Gott. Ja, doch richtig. Ähm, wir haben nichts, was Damage macht. Egal, Jodo. Lass runterspringen. Hast du einen Flugstäbe? Hey, du hast Flugstäbe. Sag doch. Ähm, ich weiß nicht, ob Tim das hier fertig gemacht hat. Ja, hab ich. Okay, dann vertraue ich dir mal. Ähm. Franny spawnt hier nichts, ne? Wie? Wo sind wir hier? Im End. Einfach irgendwo im End? Warum ist hier nichts? Das ist total logisch. Ich werde es dir gleich erklären. Also Tim muss mir auch erklären. So. Sehen die da oben jetzt an? So, wir gucken mal auf die Uhr. Ich habe jetzt hier keine Uhr. Wie viele haben wir es jetzt angemacht? Mhm. Wir haben sie angemacht. Was war das? Hässlich an unserer Farm? Also diese, ähm. Ja, richtig. Dass die sich immer wegporten, gell? Ja, da hat sich aber gerade einer rausgeportet. Ja, aber. Warte mal. Ja, genau. Weil dort irgendjemand es weggemacht hat. Der schon mal sehr... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, schiegelig. Oh Gott. Warte mal, wir müssen... Was auch? Eigentlich bräuchten wir jetzt irgendwelche Steps. Warte mal. Wer hat denn das da weggemacht? Das ist wahrscheinlich abgebrannt, oder? Also... Tim, hast du das weggemacht? Ja, ich brauchte Schinken. Ah, shit. Das hat er nicht mit einberechnen in die Falle. Schinken? Ja. Ich sehe schon, komm, einer von uns stirbt gleich im Beut einfach. Ich nicht. Das wäre so schade. Oh, das wäre richtig krass, glaube ich. Der ist sogar orange. Oh nein, trau mich den gar nicht zu hippen. Ich esse einfach mal vierteilsalber. Junge, ich esse einfach mal sicherheitshalber. Und währenddessen falle ich einfach runter. Was ist los? Okay, Abstand schon mal. Okay, er schlägt, er schlägt jetzt, hier, Half-Step, Half-Step. Half-Step. So, komm mal runter. Hier unten ist es gefährlich, hab ich gehört. Also, die Sporn da jetzt. Die bekommt darauf Schaden fast. Also, die hilft überall den Half-Step, weil die Mops sich nicht auf Half-Step porten können. Ah. Das ist schon mal sehr zügiger daran, dass... Sprich, die Rare-Mops könnte ich nicht weg porten. Das stimmt. Das ist eine sehr, sehr gute Idee von Tim gewesen. Gut gemacht, Tim. Wenn man den Backen tut, dann bekommen die Schaden, tut die eigentlich noch einherzsam. Aber da die jetzt eh schon Schaden bekommen, das ist es behindert. Geht bestimmt nicht. Und nochmal, tut man dann Schaden machen und bekommt die ganzen XP. Ich probier mal. Aber die haben es schon total... Guck mal, voll viele Sterben da jetzt schon. Ja, so ist es schon mal schlecht. Das ist ja jetzt Kacke. Aber ey, ich hab den ganzen Loot bekommen, Decker. Ich hab Knochen. Nein, mein Schwert ist weg. Warum? Oh nein. War da so ein Rare-Typ drin? Ja, wahrscheinlich. Aber es leckt eh grad, oder? Also es kacke hat. Ich logge mich lieber einmal ein und aus. Was nicht zu funktionieren scheint. Ich kann mich grad nicht wieder einloggen. Oh, super. Ich erreiche den Server nicht. Sag, Tim. Ich glaub, deine Falle hat den Server kaputt gemacht. Ja, ich kann da auch nix für. Ich tu jetzt einfach den Schalter hier hoch, dann fliegt alles weg. Theoretisch. Alles fliegt ins Wort. Tschüss, Schwert. Tag, alles weg. Jetzt komm schon da drauf. Probier mal. Ja. Oh Mann. Oh, jetzt hab ich aus Versehen meinen Flugstab weggeworfen. Und wie funktioniert das hier jetzt? Es funktioniert nämlich überhaupt nicht. Ja, weil die hier schon Schaden bekommen. Weil die sich gegenseitig abschließen. Warte mal, wir machen... Ich mach nochmal aus. Ach Mann, Tim. Du hast es nicht so drauf, so was zu bauen. Ja, ich bin kein Expert. Bei den anderen hat es aber echt total gut funktioniert. Das machen wir immer auf. So. Versuch 2.0. Aber hier ist ein Enderman. Der Stress will. Oh, wow. Die sind mit Fallen, aber so gut funktioniert. Ich hab einfach kein Schwert mehr. Oh nein. Okay, jetzt hier. Jetzt klappt's, sag ich. Weil die sich nicht abschießen. Das ist das Wichtige. Okay. Ich mach nix. Okay. Kannst ruhig ein bisschen herlaufen. Nein. Ich guck's mir von dir an. Du siehst, du hast richtig Angst hättest gerade. Ja, hab ich ja auch. Guck mal, wie viel das noch sind. Die glitschen hier schon total rum. Ja, das macht mir Angst, wie die glitschen. Ich muss hier mal Sachen loswerden. Ich muss jetzt dann unbedingt wieder ein Schwert verzaubern. So. Wann wollen wir? Man muss, ich bin hier Entities. Irgendwie eh war, glaube ich, Entities. Ja, das sind aber noch nicht viele eigentlich. Mach schon. Was passiert dann? Ich hab richtig Angst. Jetzt werden die zerquetscht. Bis hier noch ein Herz haben. Und jetzt bräuchten wir irgendwas, was halt Flächenschaden macht. Hast du so eine... Hast du irgendwas... Ich hab, glaube ich, noch... So ein Dings, so ein Speer bräuchte man. Ich hab sowas, glaube ich, alles. Ähm. Macht ein Big Sword so Flächenschaden, wenn man so... Schützt? Ich glaube schon. Probier das mal. Ähm, so. Ja, sehr gut. Okay. Jetzt habe ich total viele Puppets kommen, die XP. Oh Mann. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25. Wegman, die kann ruhig in mich reinlaufen. Aber jetzt sind keine mehr. Und hier heute noch nicht rein. Ja geil. Und jetzt sind wir hier noch die Ramots, die einfach richtig abfucken. Dann mach mir hier einfach den Schalter. Ja, wieder weg hier. Und die fallen einfach nach unten durch. Und sind weg. Mach mal wieder zu. Und finito. Solche Loser. Die haben sich mit dem Falschen angelegt, gell Tim? Okay. Äh, ja. Ich bin so schlecht nach. Soll ich es einfach lassen, den jetzt der Arme Tim, ey? Guck mal schon morgen dann übelst einen Shitstorm von der. Ruf mich an. Sag so, ey, was soll das? Dann kommt der und haut dich kaputt mit seiner PvP-Kunst. Aber wie funktioniert das jetzt hier? Soll ich den Schalter nochmal anmachen? Ja genau, hier ist der Schalter zum Anmachen. Also dann spawnen die. Okay, und der Knopf da oben ist der zum Runterfallen lassen? Ne, Knopf ist, ähm, Schaden machen, dass die noch ein Herz haben. Achso, und der Schalter ist dann, genau. Möchtest du dich mal mit denen vergnügen? Ja. Ja, glücklich mit ihnen, ja. Ich dachte, ich dann gehe mal alleine und suche mir mal ein neues Schwert. Aber ich brauche dann auch noch irgendwas. Ich hole mir eben so ein Dings. Ähm, ich kann es ja schnell bringen. Ah, okay. Aber ich glaube, jetzt die spawnen die halt. Ja, ich gehe im Fick. Ich gehe gleich wieder hin. Was ist los? Ich glaube, ich habe meinen Arm meint sogar weg. Wenn du das hast, dann wird er wegfliegen gleich. Ähm. Hier, fight. Hier, nimm das. Ach, du bist so ein netter Junge, Stegi. Kein Problem. Ich glaube, deine Mutter ist sehr zufrieden mit dir. Danke. Bitte sehr. Das ist, was man immer schon mal gerne von Taddle hören wollte. Ich glaube, deine Mutter ist sehr zufrieden mit dir. Ich glaube, das zeige ich ihr morgen. Siehst du, er sagt das auch. Oh nein, es deckt schon wieder. Das merke ich auch gerade. Es passiert hier nämlich nichts. Oh nein. Ich habe euch doch gehört, warum steht ihr nicht? Also bis jetzt ist es jedes Mal so gewesen, dass alle Leute, die dort nicht waren, selber gekickt wurden. Ja, hatte ich ja gerade auch so ähnlich. Also ich wurde nicht gekickt. Ich bin selber runtergegangen, aber... Okay. This shit is laggy right now. Oh Mann. Ja, Tim, gut gemacht. Der ist so weg. Der ist so weg. Uiuiui, jetzt ist sehr, sehr viel passiert. Jetzt geht's wieder. Hast du schon getötet, oder was? Ja. Okay. Aber jetzt geht wieder nichts. Oh. Das funktioniert auf jeden Fall gut. Jetzt, jetzt geht's wieder. Ja, ich habe den Knopf gedrückt, dass alle runtergefallen sind. Ja, aber die XP bekommst du doch noch, oder? Ich habe ganz wenig bekommen. Drei Level. Die ist scheiße, die Farm. Hast du die denn getötet? Ja, ich habe sehr, sehr viele getötet. Hä, du hast keine XP bekommen? Drei Level. Krass. Das ist kein... Also... Das ist alles ein bisschen eigenartig gerade. Ich habe nochmal 20 Level bekommen durch ein paar Sekunden. Also ich habe jetzt mit meinem Schwert wieder... Ja, ich probiere es jetzt nochmal aus. Hat Tim schon krass gebaut, muss man sagen. Ja, ich bin halt der Babo. Hä, ich dachte, Tim ist weg. Äh, wieder da. Ja, die Waffe ist jetzt weg. Aber jetzt funktioniert es gerade auf jeden Fall. Okay. Obwohl, ne, ich habe wieder nur drei Level bekommen. Ja, jetzt, die müssen ja erstmal kurz spawnen. Ja. Scheiße. Ich habe gerade keinen Flächenschaden-Shit dabei. Deswegen lohnt sich das eh nicht. Ich werde mal ein bisschen Kacke weg. Kacke brauche ich nämlich persönlich nicht so viel. Ähm. Wir müssen die Folge gleich schon beenden. Ähm. Welch eine unglaublich erfolgreiche Folge. Mein Stege hat mir die Farm gezeigt und... Du bist nach Hause gekommen. Stege hat mir die Farm gezeigt. Das ist echt alles, was passiert ist. Aber das war cool. Hey, Leute. Wann sieht man sich schon mal so eine Farm an? Von Tim. Ich weiß es nicht. Mach noch einmal und dann hau ich da halt einfach rein. Obwohl, ne, das ist voll gefährlich. Ich kann die ja mit irgendwas hauen. Die haben eh nur einen HP. Ja. Hau die mit einer Axt. Das lohnt sich auch so nicht. Kommt schon. Kommt schon, Leute. Hier macht das, glaube ich, sinnvoll, wenn man... Hier macht das, glaube ich, sinnvoll. Hier ist das, glaube ich, sinnvoll, wenn man diese Dings of Fortune ausrüstet, oder? Ja, aber man braucht ja den Loot eh nicht. Der Loot fällt ja eh mit weg. Ist ja, aber die funktioniert doch mit Dings. Mit, äh, mit XP, oder nicht? Fortune bringt bei XP Sachen nichts. Ja, dann laber doch mal nicht so viel. Okay. Ich habe jetzt gedacht, das wäre so. Äh, wir müssen die Folge beenden, wie ich schon angekündigt hatte. Schnell runter vom Server. Shit. Du hast überzogen. Eine Bewertung da. Wenn euch die Folge gefallen hat, schaut bei Stiggy vorbei. Der macht immer die allercoolsten. Ich töte alle anderen Spielerfolgen. Und wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.